Was geht, meine freundlichen Freunde und willkommen zu einer Runde Rage Mode mit Kadel, Felix und Patrick. Und die Knabe, sie macht Bang Bang Bang. Ne, so nicht. Doch, so nicht. Och ne, äh. Nein, wichser. Nein, nein. Das juckt niemanden. Oh, hey. Pam. Hashtag rausgerutscht in die Trends. Ja, immer alle rausgerutscht in die Trends, Leute. Leute, packt immer rausgerutscht auf Twitter in die Trends. Die Drogenskills sind so schlecht, Alter. Hab ihn. Was ist denn los mit dir, Freunde? Ach, Felix. Du hast es verdient. Nein! Alter, diese Schere, die funktioniert ja gar nicht mehr. Doch, die funktioniert. Doch, die funktioniert immer. Ja, das ist richtig reudig, Alter. Der reudige. Ja? Felix. Ja! Nein! Nein! Du kleiner Hund, Alter. Wallabilla. Das ist, das ist, das ist ja deutlich. Das ist ja, das ist ja. Das ist ja. Meine Bogen, ich stehe hinter dem und... Boah, das war gerade der Turn-On des Todes. Wie der, wie das Ding jetzt einfach, wie der Bogen einfach inzen tötet. Wie ich halt alles ficke, ne? Lol, ey, da lag, da lag ein... Ey, jetzt noch ohne Scheiß, da lag eine Axt auf dem Boden und ich bin über die drüber gelaufen und da wurde ich gedemütigt. Was? Hashtag rausgerutscht. Ach, rausgerutscht. Ach, rausgerutscht. Ach, du Bastard, ne? Ach, rausgerutscht. Ich hab mich selbst gekillt. Ich werde einfach immer gedemütigt. Guck mal, ich bin letzter. Allerletzter. Ich hab 15 Kills. Du bist so schlecht wie Peter Wenfard beim Scheißen. Du bist so schlecht wie Peter Wenfard beim Scheißen. Du bist so pontoig,화�国st in ZM. Jo, alter. Boah, was ist denn los mit dir? Ich vergeite eine Mutter mit nem Bier. Was? Der war drauf. Alter, Junge, hör... Lass mal weniger gehen. Was ist denn los mit euch? Wie, Junge? Der war etwas 더. Watt denn? Watt denn? Was denn, watt denn los mit dir? weil ich immer gedemütig bin Junge du wurdest von Rotpilz gedemütigt was denn los? ne wo wirst du hey gar nicht hab dich nicht gedemütigt Habt ihr das gesehen Leute im Chat ich hab'n Triple gemacht WTF mit einer n Triple n Triple ah jungen alter ja Kattel weil dich ist eh nicht los ja ich hab dich so oft gekillt und gedemütigt wie ein kleiner Hohen und so du musst dich richtig roll dich für einen Hohen Rotpilz ich bin hinter dir Rotpilz Rotpilz hast du dich gedemütigt du wurdest? genau ich bin dritter was ich hab keine ich bin dritter Petritz ich bin vor dir weil ich seh'n los hä? Junge hast du mich noch eingeholt? du bist räudig Wollen wir noch ne Runde dranhängen? ne lass'n kurz und knackig ist immer gut wie Petritz Schwanz halt ja da habt ihr recht auf jeden Fall also knackig ist es nicht wenn ihr der Meinung seid dass mein Schwanz klein ist dann lass'n like da ja und äh Hashtag Hashtag Rauswusch in den Twitter-Train Hashtag Hashtag Rauswuschst muss, darf natürlich nicht fehlen genau und am besten ihr macht nen Screenshot und sendet das dann einfach an uns an Pixel Wolf oder Petritz bei 1000 Likes ist mein Penis 5cm groß ja genau wenn ich auch 1000 Likes hab dann ist mein Penis ähm ja ihr wisst dann schein ja dann könnt ihr das falls ihr keine Likes da rein oder falls ihr einfach liked dann hab ich den Kumpel machen ja unwillkommen tschöööö heheheheh heheheheh